Möchten Sie abnehmen, in Form kommen und einen schönen, straffen Körper bekommen? Und das ohne ein Vermögen für sperrige Ausrüstung auszugeben oder eine teure Karte fürs Fitnessstudio zu kaufen, die Sie sowieso nie benutzen? Jetzt aber haben Sie endlich die Möglichkeit, das alles zu erreichen. Denn mit dem neuen Fitnessgerät TotalFlex holen Sie sich das Fitnessstudio ins Wohnzimmer. TotalFlex ist ultra kompakt, lässt sich in Sekundenschnelle aufstellen und bietet über 50 Übungen, die Sie zu Hause machen können. Durch einen einfachen Handgriff ändern Sie den Sitz in eine flache Bank. Ideal für Rücken- und Brustübungen oder gezieltes Bauchmuskeltraining. Und genauso einfach ist es auch, Beine, Hüften und Po mit dem TotalFlex zu trainieren. Die Möglichkeiten sind unendlich. Durch das einfache und schnelle Ändern der Einstellungen können Sie sogar problemlos vor dem Fernseher trainieren. Also, warum Stunden auf dem Laufband verbringen, wenn Sie Ihren ganzen Körper in nur 18 Minuten pro Tag trainieren können? Hier sehen Sie Menschen, die mithilfe des TotalFlex-Systems schnell in Form kommen und abnehmen. So können Sie Ihren Körper verändern und das in kürzester Zeit. Da der TotalFlex schon zusammengebaut geliefert wird, können Sie ihn sofort benutzen. Und egal, ob Sie Anfänger oder Leistungssportler sind, bietet Ihnen TotalFlex ein gesundes und bequemes Training. TotalFlex besteht aus einem Stahlgerüst mit gepolstertem Sitz. Mit einem einfachen Handgriff lässt sich TotalFlex zusammenklappen und unter dem Bett verstauen. Er nimmt weniger Platz als seine Reisetasche in Anspruch und ist so einfach aufzustellen, dass Sie jederzeit trainieren können.